Auf Teneriffa gibt es viele Anbieter für eine Whale-Watching-Tour. Zwei von ihnen in Los Gigantes habe ich getestet. Die kleinere MS Katrin und die große Flipper Uno. Die MS Katrin ist ein ehemaliger Büsumer Krabbenkutter. Sie wurde 1940 aus Eichenholz gebaut. Nach dem Einchecken und einer kleinen Ansage geht es raus zu den Delfingründen. Und da ist auch schon die Flipper Uno. Sie ist deutlich größer und die Tour dauert drei statt zwei Stunden. Sie wird mit Musik und lauten Ansagen begleitet. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Trotzdem schafft es die Besatzung, diesen Ausflug zu einem Erlebnis zu machen. Auf dem Meer sind beide Boote im Seegebiet der Tümmler vereint. Die Wahrscheinlichkeit, Grind- oder Pilotwale zu sehen, ist eher gering. Delfine sind aber sehr verspielt und neugierig. Sie sind deshalb regelmäßig bei den Watching-Touren anzutreffen. Beide Boote schippern zu Playa Damaskar und etwas die Küste entlang, bevor es wieder in den Hafen von Los Gigantes geht. Für welchen Anbieter man sich auch entscheiden mag, eine Bootstour lohnt sich in jedem Fall. Das ist ein Land. Das ist ein Land. Vielen Dank.